Ja, ein anderes Thema. Das Derby ist noch weit in Leverkusen, aber die Leverkusener fühlten sich oder sahen sich bemüßigt, da nochmal den FC jetzt zu provozieren. Mit was? Haben Sie das mitbekommen oder nicht? Nö, was haben Sie gemacht? Da wurden Fans aufgerufen, ins Stadion zu kommen, jetzt im Europapokal, über Social Media und abgekürzt dargestellt, ist es quasi so, wenn man guten Fußball sehen will, geht man da heute Abend hin. Wenn man das nicht will und wenn man Abstiegskampf verfolgen will, dann ist man wohl Köln-Fan. Also erstmal muss man sagen, dass Leverkusen wirklich guten Fußball spielt im Moment, das muss man wirklich sagen. Also da führt auch kein Weg dran vorbei, ist aus meiner Sicht im Moment die Mannschaft, die für mich den besten Fußball spielt. Da haben Sie recht, wenn Sie schön Fußball spielen sehen, dann können Sie nach Leverkusen gehen, wenn Sie noch schöneren sehen wollen, mit mehr Emotionen und auch im vollen Stadion, wo Sie nicht aufrufen müssen, dass Leute kommen, dann kommen Sie zu uns. Wie immer. Und es gibt einen großen Verein und es gibt einen nicht so großen Verein. Ich glaube, wir sind der größere Verein, auch wenn das sportlich vielleicht anders scheint. Also nochmal, der FC steht in dieser Region über alles. Da kannst du 20 Mal UEFA Cup werden oder Vizemeister, scheißegal. Da kannst du 20 Mal UEFA Cup werden oder Vizemeisterin 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 oder V